Gleich zwei Love Island, Paare werden getrennt, ob sie wollen oder nicht. In der heutigen Folge wartete wieder eine Menge Drama auf die Zuschauer der Kuppelshow, Chiara N. Kuellte sich von Joshua, Aurelia zeigte sich enttäuscht von Henriks Schwärmerei für Natalia und die Granate wiederum wagte einen ersten Flirt wohl mit Luca. Scheinbar wird sich demnächst einiges mehr an der Pärchen-Konstellation tun, denn gleich zwei Allender müssen die Villa verlassen. Das verkündete Moderatorin Cassie Hummels, 32, am heutigen Entscheidungsabend, die Zuschauer haben gewotet. Die Frage lautete, welcher Allender hat die größte Chance auf die wahre Liebe? Das Ergebnis der Abstimmung hat für zwei von euch leider harte Folgen. Die Allender zeigten sich natürlich geschockt. Nur Granate Natalia war als Neuling vom Voting ausgeschlossen. Doch für wen haben die Fans sich im Endeffekt entschieden? Tatsächlich endete die Folge mit einem fiesen Cliffhanger. Natalia, Marc, Anna, Luca, Chiara, Joshua und Henrik wurden von Cassie erlöst, doch aus dem Rest müssen die Eiländer, die safe sind, jetzt noch ein Girl und einen Mann auswählen, die ihre Koffer packen sollen. Tim, Melina, Geraldine, Max, Julio und Aurelia müssen damit noch zittern. Love Island, heiße Flitz und wahre Liebe, Montag, 31. August, um 20,15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22,15 Uhr bei RTL 2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TfNU verfügbar. Tipps für Promiflash Einfach e-Mail an tipps-at-promiflash.de